hallo ihr lieben in diesem video möchte ich euch gerne zeigen wie man eine wolke zeichnet mit einem regenbogen ich wünsche euch ganz viel spaß beim nachzeichen vergisst nicht unseren kanal zu abonnieren denn jede woche am dienstag und freitag bekommt ihr ganz neue videos so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.